Der Adventskalender Hallo, ich bin Minnie, die Blockflötenmaus. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir der Adventskalender spielen. Mit jedem Türchen rückt Weihnachten ein Stück heran. Gleich nach dem Aufstehen schaue ich mir dann mein Päckchen an. Ich gebe den Einsatz und dann geht es los. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt nehmen wir die Begleitung mit dazu. Erst einmal nur die zweite Blockflötenstimme, die auch klein unter unseren Noten steht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, vier. Und jetzt spielt auch noch die Mäuseband mit. Ich gebe wieder den einen Satz und dann geht es los. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Und jetzt spielen wir es nochmal, aber ein bisschen schneller. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Ja, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Zum Abschluss gebe ich zwar noch den Einsatz, spiele aber nicht mehr die Melodie mit. Du hörst also nur noch die Begleitung und spielst allein dazu die Melodie. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Alles, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Das war's auch schon für heute. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Musizieren. Das war's auch schon für heute.